Susanne Fürst, FPÖ, setzt fort. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, sehr geehrte Minister, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf im Namen vom Klubobmann Herbert Kickl und weiterer Abgeordneter der Freiheitlichen Partei einen Misstrauensantrag im Rahmen dieser Sondersitzung gegen die gesamte Bundesregierung einbringen und stelle daher den folgenden Entschließungsantrag der Nationalratswolle beschließen. Der Bundesregierung und den Staatssekretären wird gemäß Artikel 74 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 78 Absatz 2 BVG durch ausdrückliche Entschließung des Nationalrats das Vertrauen versagt. Wir haben hier eine ausführliche Begründung, Gründe gibt es mehr als genug. Natürlich die Lähmung der ÖVP durch die Korruptionsvorwürfe gerade jetzt schon ausführlich diskutiert, was vor allem auch deswegen sehr schlimm ist, weil es den Grünen zu einem überproportionalen Einfluss auf die Regierungspolitik verhilft, die, ich gratuliere Ihnen zwar, Herr Vizekanzler, aber für das Land leider sehr schlecht ist. Wir begründen es damit, dass natürlich hier von der Bundesregierung nicht nur nichts gegen die Kostenexplosion und die Inflation gemacht wird, sondern sie im Gegenteil durch ihre Politik noch angefacht wird und ein ganz aktuelles Hauptthema, die überbordende Migrations- und Kriminalitätswelle, die wir derzeit erleben und die natürlich auch nicht im Geringsten bekämpft wird, sondern nur Lippenbekenntnisse hier abgegeben werden. Herr Bundeskanzler, Sie haben in Ihrer Stellungnahme vorhin gesagt, Sie hören genau hin, Sie hören sich die Nöte und Sorgen der Bevölkerung an, Sie nehmen die Sorgen ernst. Dann bitte sehr, Sie sprechen davon, dass wir ja jetzt schon stärker aus der Krise gekommen sind, aus der Pandemie. Also ich weiß nicht, wie man auf diese Idee kommen kann. Wissen Sie, dass so Fakten, dass Fakten sind, dass zigtausende Pensionisten derzeit eine Vorschreibung kriegen für das Gas statt 100 Euro, statt 120 Euro monatlich, über 800 Euro. Das sind Fakten und Sie sagen, Sie tragen hier nichts bei zur Kostenexplosion. Das sind Fakten, die dazu führen müssten, dass Sie sofort sagen, da muss was geändert werden. Das darf nicht sein. Diese Vorschreibungen gehören eingestampft. Nur ein Faktum. Nächsten Fakten. Sie sprechen immer vom Krieg. Sie fühlen sich für alle zuständig auf der ganzen Welt. In Österreich ist, das ist nicht meine Diktion, seit einigen Tagen offiziell Krieg. Es ist offizielles Motto gewesen von randalierenden ungefähr 200 Jugendlichen in meiner Heimatstadt Linz, aber auch in vielen anderen Städten hier leider von Montag auf Dienstag, auf 1. November, war das offizielle Motto Krieg statt Halloween. Das haben wir auch erlebt. Die Jugendlichen haben sich, zum Beispiel Linz, in der Innenstadt zusammengerottet. Sie hatten multikulturellen Hintergrund. Das konnte nicht einmal der ORF verschweigen. Laut Polizei handelt es sich vor allen Dingen um Jugendliche mit syrischem und afghanischem Migrationshintergrund, so ungefähr zwischen 13 und 17 Jahren. Die Jugendlichen haben die Passanten beworfen, dann auch die Polizei, die eingeschritten ist, mit Steinen, Böllern und Flaschen. Es bestand dann Lebensgefahr, weil sie auch die Oberleitungen beschossen haben. 170 Einsatzkräfte wurden aufgeboten, damit man das irgendwie nach stundenlangen Randalen unter Kontrolle bringt. Wie das zum Thema passt, das ist ein Misstrauensgrund für die gesamte Bundesregierung. Wenn sowas passiert, dass das die Grünen nicht einsehen, ist klar. Ja, die Einsatzleiter haben gesagt, sowas war noch nie da. Wir werden es jetzt öfter erleben. Was sagt der Innenminister dazu? Ich habe genau hingehört, aber es ist ja auch für Sie interessant, Sie waren Innenminister. Während in St. Georgen im Atergau eine Hundestaffel im Einsatz ist und Drohnen im Einsatz sind, gegen die Bevölkerung, die örtliche Bevölkerung, die genau vor diesen Zuständen, die wir da jetzt erlebt haben, in diesem Tag gewarnt haben und weil sie das nicht im Ort haben wollen, haben wir hier in Linz keine Hunde gesehen, keine Drohnen, sondern da mussten wirklich die Polizei stundenlang hier hantieren. Der Kaner sagt jetzt, gut, mit aller Härte vorgegangen, rechtliche Konsequenzen, härtere Strafen, Aperkennung, Asylstatus für Straftäter. Gut, jahrelange Forderung von uns. Sicherheitsgipfel, die Situation muss analysiert werden. Was muss danach analysiert werden? Wir haben alles im Kopf. Fragen Sie uns. 130.000 Asylwerber, seit sie angetreten sind, heuer über 70.000 Asylwerber, ja, im Schnitt jede Woche 3.000 dazu, über 90 Prozent junge Männer. Und dazu kommen jetzt noch die ganzen ukrainischen Kriegsflüchtigen, ja, auch so ungefähr 70.000, macht 200.000, der Winter kommt aber erst. Und da wir erklärt haben, wir nehmen sie ohne Limits, wird es wahrscheinlich noch vieles mehr werden, sowohl bei dem Asylwerber als auch bei den Kriegsflüchtigen. Aber wir haben es ja. So, was macht man jetzt? Einen Sicherheitsgipfel brauchen wir auch mal nicht. Wir haben Kontrollverlust, was dazu führt, dass man ganz schnell was machen sollte, dass man die Migrationsströme, das ist zum Lachen, nicht bloß kontrollieren, Identität feststellen und verwalten muss, sondern es geht nur zurückweisen, nicht reinlassen und gleichzeitige Beseitigung aller sozialstaatlichen und administrativen Migrationsanreize. Sind aber alles alte Hüte, die nicht neu erfunden werden müssen bei einem Sicherheitsgipfel, sondern liegt alles am Tisch. Und nur zu der Aberkennung Asylstatus für straffällige Asylwerber, das sollte selbstverständlich sein. Sie wissen genau, das ist eine leere Floskel. Sie sagen ja auch immer, das muss natürlich nur im Einklang mit den europäischen Partnern und im Einklang mit europäischem Recht. Ja, dann geht es aber nicht. Dann geht es nicht. Sondern Sie müssen sich mit Brüssel anlegen, weil der EuGH sagt, nein, das geht nicht. Und der legt das EU-Recht aus. Der sagt, Aberkennung Asylstatus nur bei mehrfachen schweren Verbrechen. Also die Randale da jetzt in Linz und in den Städten reichen nicht aus. Es reicht auch nicht eine Vergewaltigung aus. Sollte man es erreichen, nach einem jahrelangen Asylverfahren, dass der Asylstatus wirklich aberkannt wird, was kriegen Sie dann? Schutzstatus, weil es in Ihrem Herkunftsland ein bisschen unangenehm ist. Das heißt, auch der Vergewaltiger, der Mutmaßliche, den man jetzt gerade festgenommen hat, 22-Jährige, staatenlos, wohin wollen Sie noch abschirmen? Er ist schon die Polizei bekannt für Körperverletzung. Er wird nicht abgeschoben. Und im Übrigen handelt es sich leider jetzt wirklich zum Großteil um Jugendliche, hier auch zwischen 13 und 17 Jahren, mit einem ganz besonderen Status, die nicht abgeschoben werden können. Und außerdem haben Sie einen grünen Koalitionspartner, mit dem es überhaupt keine Abschiebungen gibt. Das heißt, das sind leere Worte, das nicht nur beim Migrationsthema, das natürlich allein für sich hier den Misstrauensantrag vollkommen erfüllt. Aber ich meine auch nur, weil Sie jetzt hier heute da sind und weil ja auch die Sanktionen ein maßgeblicher Preistreiber sind, der Inflation und der nicht mehr tragbaren Kosten für die einheimische Bevölkerung, die Reise nach Abu Dhabi, genau dasselbe, nur leere Worte floskeln. Wir dürfen das russische Gas nicht mehr verwenden, weil wir Putin und den Krieg nicht finanzieren wollen. Gut, jetzt finanzieren wir, ich meine, lächerlich, diese eine Schiffsleitung, aber wir finanzieren jetzt eine absolutistische Monarchie, Scharia-Gesetzgebung, den Krieg in Jemen, den die VAE mit Saudi-Arabien gemeinsam führt, Hunderttausende, wirklich völlig rechtlose Arbeitssklaven. Und, was auch interessant ist, der Herr Emir, ihr guter arabischer Freund, wie Sie ihn jetzt bezeichnen, auf die Frage, ob er sich nicht den westlichen Sanktionen anschließen möchte mit seinem Emirat gegen Russland, ob er da nicht solidarisch ist. Nein, das tut er nicht, da bleibt er doch lieber neutral und möchte sich hier nicht gegen Russland wenden. Apropos Neutralität, die Verletzung dieses verfassungsrechtlichen Grundsatzes wäre ein weiterer Grund für den Misstrauensantrag. Susanne Fürst von den Freiheitlichen bringt für ihre Fraktion einen Misstrauensantrag gegen die gesamte Bundesregierung ein. Es gebe genug Gründe dafür, so Fürst unter anderem die Lehmung der ÖVP aufgrund der aktuellen Korruptionsvorwürfe, sagt sie.